Ja, halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, the new life, so. So, wir hatten ja angefangen, ähm, beziehungsweise da vorne hat den Stallanwehr fertiggestellt und dann hatte ich jetzt mit dem Dach angefangen. Und da hinten hatte ich was abgebaut, dann muss ich auch mal eben prüfen gehen, ob denn da wo ein paar Setzlinge rausgedroppt sind, wie das denn da ausschaut. Und herzlich willkommen zur Nachmittags-Show mit mir und meinem Stargast, mir selbst. So, heute reden wir über das Thema Bobel. Sie sind meistens grün, mal klebrig, mal lassen sie sich rollen. Und das war's auch schon wieder. Da ist noch ein Setzling, wundermee. So gefällt mir das doch, wenn die Setzlinge hier von selbst kommen. Ich weiß nicht, könnten wir auch welche kriegen, wenn wir die abbauen? Ich glaub nicht, ne? Wir mussten ja oben den Stamm, glaub ich, die kompletten, oder musste man nur die oberen zerstören? Ich weiß es gerade gar nicht. Aha, so, jetzt nehm ich auch. Da kommen wir jetzt wenigstens ordentlich dran in an die Dinger. Nein, meine schöne Axt. Das ging natürlich so schön schnell. Aber ich hab hier noch eine. Bauen wir den halt von oben ab, dann haben wir vielleicht auch das Glück und kriegen jetzt gleich nochmal zwei Setzlinge. Oder drei, bräuchte ich vielleicht noch. Ah, da sind, ah, noch ein Apfel. Okay, es scheint so, als ob nur bestimmte Bäume Äpfel droppen. Wenn ich das... Ah, da ist noch. Oh mein Gott. So. Ist natürlich irgendwie ein bisschen doof. Fünf haben wir. Okay, mehr brauchen wir, glaub ich, am Anfang auch nicht. Aber das Holz will ich natürlich nicht hier lassen. Das ist super. Oh, guck mal, in der Fische. Oh, da bin ich aber ein scheiß Fisch. So, ich geh mir mal aus der Quere und dann können die mir auch mal gucken. Ich bin auch mal gespannt, ob wir hier echt mal irgendwann ein Dorf finden. Das würde mich mal interessieren. Hm, okay, wir haben nur zweimal Weizen. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wen geben wir den Weizen. Ja, 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 ja. Ach, Mensch. Habe doch mal gedobelt. Ich würde sagen, du kriegst das einmal. Und du, und dann macht die Kinder. Nee. Einfach einverstanden. Wunderbar. So muss das nicht gehen. Denn wir brauchen Wolle. Und du hast gerade Wolle. Deswegen nehme ich mir die jetzt auch mal. Ah, da ist eine Kuh erwachsen. Ja, dann... Nee, Prost Mahlzeit. Hau rein. Das wird nämlich sonst so voll hier drin, ne? Hörde ich gerade. Töde ich dann beide Kühe und warte, bis die andere erwachsen ist. Nee, ich glaube, wir lassen es erstmal. So. Diesmal denke ich auch daran, hier das Tor zu machen. So. Und dann kann ich nämlich auch anfangen, oben das nicht mehr zu Ende zu bauen, beziehungsweise, äh, weiter zu bauen. Ich weiß ja nicht, was mir da noch so einfällt. Was man da noch so hinpflanzen kann. Da muss man auch mal schauen. So. Erstmal hier das Tor zu. Sechsmal rote Wolle, hellgraue Wolle, weiße Wolle. Wir haben alles. Alles haben wir. Mach ich jetzt hier so einen roten Streifen rein? Schau mal. Mal sehen, wie das ausschaut. Wo haben wir sie? Da. Sechsmal rote Wolle. Sieht doch gleich schon ganz anders aus. Joa. Ich glaube, das kann man so machen. So. Und dann müssen wir mal hier oben. Ah, da haben wir auch schon so viel von. Ach, du heiliger Kumist. Einmal da hin. Dann kommt dieselbe Konstruktion natürlich auch nochmal in die nächste Ecke. Also sie sollen jetzt in jeder Ecke erstmal reinkommen. Und dann nochmal in die Mitte. Nein. Du bist unförmig. Du gehörst hier nicht rein. Oh, verunahm ich gerade die Leine dafür. Ja. So war das nämlich nicht gedacht. So, da noch, da noch, da noch und da. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel haben wir jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, äh, siebzehn. Ähm. Joa, die Tür steht gar nicht genau in der Mitte. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Fällt mir gerade auf. Und da, ach so, das geht also schlecht. Ja, also man kann es nicht genau in der Mitte machen. Weil jetzt haben wir hier einen Block frei und hier zwei Blöcke frei. Also es geht nicht genau in der Mitte. Ach, meine Güte. Aber man kann es natürlich damit begründen, auch jetzt einfach, warum das so ein bisschen unsymmetrisch steht. Weil hier auch die Treppe ist. Und damit das nicht ganz so eng wird, ne, habe ich das einfach mal dahingesetzt. So. Ey, was soll das denn hier? Ist aber mal hier nicht schön gemacht. So. Aber ich finde die Konstruktion, jetzt wenn die Bäume gewachsen sind und alles, ihr seht das bestimmt, irgendwie aus. Ob es gut oder schlecht aussieht, das werde ich natürlich erst sehen, wenn es denn auch so weit ist. Und Setzling rein und, äh, dann noch ein Setzling. Ah, die werden ja so groß, ne? Vielleicht hätte ich da normale Eichenholz-Setzlinge nehmen sollen. Eichensetzlinge. Oder? Nee, okay. Nee, es reicht. Es ist gut. So. Dann müssen wir nochmal die Fackeln abbauen. Weil, wenn die jetzt hier so umförmig rumstehen, sieht es auch irgendwie merkwürdig aus. Das wollen wir ja nicht. Das soll normal aussehen. Jetzt kommt nämlich da einer hin, äh, da und da. Und da ist immer noch... Ups, die habe ich übersehen. So. Also, wenn es dunkel wird, sieht es bestimmt richtig gut aus. Ich habe auch das Gefühl, dass das echt zu schnell dunkel wird. Ich glaube, wir sollten... Oder reicht das von der Helligkeit her? Ich weiß es gerade nicht. Wir können höchstens mal hier oben stehen bleiben. Wenn es jetzt Nacht wird und, äh, gucken, ob hier irgendwas spawnt. Was ich natürlich nicht hoffe. Was ist das denn hier? Hallo? Grün? Ähm. Was ist das? Ist das jetzt von dem... Ach, das soll Regen sein, glaube ich, ne? Ich habe ja die... Ich habe ja die Wettergeräusche ausgestellt. Das können wir ja mal kurz testen, indem wir es einfach mal anschalten. Ja. Es ist Regen. Aber ich muss dazu sagen, ich hasse diese Wettergeräusche und die nerven mich auf jeden Fall. Dermaßen. Guck mal. A Creeper und a Werewolf. Da seht ihr übrigens gerade, wie der sich verwandelt. Zack. Bam. Und wir haben es voll gefilmt. Ehe, super. Oh. Der Kopflose will hier hin. Kannst du aber ganz schnell vergessen, du. Warte, ich komme dir mal entgegen. Nee. Dann kannst du mir an der Tür genau sagen, was du willst. Guck mal hier hin. Karl, Heinz, Dieter. Muss man gerade aufpassen, dass die Creeper hier nicht hinkommen. Jetzt sterbt Beruch. Mensch, nicht mal hier. Ist ja mal hier eine Frechheit. Oh, da hinten ist ein Ogre. Und da ich nicht will, dass der Ogre hier hinkommt, werde ich mich jetzt ganz schnell verkriechen und mich reinlegen ins Bett. So. Nein. So. Ich verlege auch, ob man nicht vielleicht, na, hier kann man nichts einstellen, ob man nicht irgendwo den, ähm, den Ogre ausstellen kann. Datenerhebungseinstellung, Ressourcenpacks, Schäder, Sprache, Grafikeinstellung, auch Schwierigkeiten. Grafikeinstellung, was jetzt haben wir? Gut, da wird's halt nicht bei sein, aber vielleicht können wir mal gucken, was wir da so haben. Walken aus. Stop. Ich hatte mal irgendwo was gesehen mit Mobs. Was hat ich... Aber ich weiß gar nicht mehr, wo. Touch Moos aus. Maus umkehren. Hm, 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 hm. Ne, bei den Schäders kann das ja auch nicht sein. Aber wie kann man die Statistik gucken? Spiele verlassen. Eins. Spieldauer. Sechs Stunden und 31 Minuten. Reih ich hier schon rum. Oh, laufende Strecke, gefallene Strecke. Achso, 118 Meter. Geflogene Strecke. Ich bin... Äh, weniger gefallen als geflogen. Okay. Zugefügter Schaden. Erlittener Schaden. Ach, das sieht doch ganz gut aus. Die... Statistik. Getötete Kreaturen. 64. Tiere gezüchtet. Sechs. Trödel. Gerange. Autsch. Joa. Ich würde sagen, unsere Statistik sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ich überlege auch gerade, kann man aus Wolle denn nicht hier, ähm, Fäden machen? Das ging nicht, ne? Das ging nur in die andere Richtung. Schade eigentlich. Wir könnten nämlich eine Angel gebrauchen, aber ich glaube, dafür brauche ich dich, glaube ich, zwei Fäden oder so, ne? War das nicht? Upsala. Oder war das so? Ne, es war glaube ich so und dann Fäden hier runter. Okay, aber es ist doch irgendwie doof, dass man die Wolle nicht nutzen kann dafür. Wir könnten einen Teppich machen. Aha. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, so einen Teppich nur... Achso, der ist nur draußen. Ich weiß zwar gerade nicht, wo der draußen ist, aber der war eben... Der muss irgendwo ums Haus eiern. Weil er meint, dass er uns so erwischen könnte, ne? Hohohohoho. Und erst mal wieder hoch. Wir müssen mal schauen, wie weit ist es denn hier? Haben wir schon irgendwas Fertiges? Nein, natürlich nicht. Wie soll es auch anders sein? Ist hier noch irgendwo eine Spinne unterwegs? Ich mache mir echt so ein bisschen Sorgen, dass dieser Ogre jetzt laufend bei uns ist. Verdammt. Okay, ich werde doch mal irgendeine Nacht rausgehen müssen und spinnen und alles Mögliche mal killen müssen. Oh, diese Schafe, ne? Die Schafe, die regen mich einfach auf und die Kühe natürlich auch. die machen so einen Terror. Ich weiß gar nicht warum. So, 50, äh, Stein. Muss ich mal überlegen. Das ist natürlich die große Preisfrage. Mache ich das? Mache ich das nicht? Oder mache ich generell erstmal nur so eine Plattform hier hin? so aufs offene Meer raus und dann so eine große Plattform. Oder, 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 oder. Hm. So eine Windmühle könnte, oh, verdammt. Man könnte hier noch so eine Windmühle hinsetzen. Das würde ich, glaube ich, ganz gut finden. die dann natürlich keinen Nutzen hat, wirklich, aber, äh, einfach nett aussieht. Jo, das wäre alles noch möglich. Aber dafür müsste ich vielleicht mal die eine Schicht hier abnehmen. Ich bin gespannt, was uns noch so einfällt. mir und euch. Ich könnte natürlich gerne, wenn ihr Ideen habt, ähm, mir die eröffnen. Denn vielleicht habt ihr wirklich mal eine gute Idee, was man denn noch so machen kann, was hier her passt. Das sieht echt aus wie so ein kleiner Palast mittlerweile, das Ding da hinten. Finde ich richtig super. Das müssen wir natürlich auch noch einrichten und alles mögliche. So, mal, ich muss hier die Erde nehmen. Jetzt muss ich mal überlegen, wie baue ich das? Ich würde sagen, eins, zwei, drei, hier so hin. dann, so, nee, das sieht irgendwie doof aus. Ich sehe schon, das Ding muss groß werden. Das muss richtig groß werden. Ah, dann sollte ich das vielleicht, wie mache ich es denn? wie mache ich es, wie mache ich es? So, so, und so, und dann, dann so, oh, ne, so wird das nix. Ach, dann muss ich über hier ein ganzes Stück nach vorne noch auf jeden Fall, ne, sonst passt das ja gar nicht. Gar nicht hierher, so. und dann dahin, eins, zwei, da, da, dann müssen wir hier noch ein bisschen auffüllen. Ihr seht schon, das ist null geplant hier, aber ich werde mir Mühe geben, hier eben was hin zu zaubern. das war eins zu viel. Aber ich glaube, wenn man echt so zwei so senkrecht nimmt, dann, äh, sieht das schon besser aus. So. Ich kann da leider nicht hochfliegen, um mir das von oben anzugucken, aber ich würde mal sagen, das passt schon. Kann man nämlich hier Glas, Glas hin, und, äh, hier Glas hin, und hier. Oh. Ich überlege immer noch, was mache ich, wie mache ich, wo mache ich. Also auf jeden Fall kommt hier so ein, so ein, so was Helles hin. So. So einen schönen Farbkontrast. Ich glaube, das könnte, könnte was werden. Oder macht man das doch aus Stein? Ich weiß noch nicht. Machen wir erstmal hier noch. Da kommt nämlich noch das hin, und das hier, und dann so. Könnten wir ja gut, wir können diese Zwischenräume eigentlich mal testweise mit Steinen auffüllen. ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh mal eben da reinkloppen und mal eben sehen, wie es ausschaut ja, ich glaube, das sieht echt besser aus dann ist das nicht zu ja, nicht zu bunt weil das, ja das soll ja kein Zirkuszelt werden sondern, nee Mühle so, haben wir es doch gleich geschafft hier schon mal den ersten kleinen Teil von, ich habe keine Ahnung, wie viele Teile das Ding noch haben werden wird haben werden wird, ist auch gut ich weiß gar nicht, ob das so haben werden wird ich lasse es mal so dahingestellt jetzt so ja doch, ich glaube, das kann man so machen und mit komplett aus Holz, das wird es komisch aussehen aber so ist es, glaube ich, ganz in Ordnung ja, an dieser Stelle erstmal viel lang fürs Zuschauen natürlich, wie immer und, ja wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert doch meinen Kanal und dann, opa, ich hatte gerade ein Schluck auf sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin auf Wiederschauen bis zum nächsten Mal an bis zum nächsten Mal